CO2-neutral heizen, ein wichtiges Ziel für alle Haushalte. Gerade in waldreichen und regional bewirtschafteten Regionen ist also das Heizen mit Holz sehr attraktiv. Immerhin gibt ein Baum beim Verbrennen gerade mal so viel CO2 ab, wie er der Atmosphäre im Laufe seines Wachstums entzogen hat. Landwirt.com, der Online-Marktplatz für die Landwirtschaft. Eine der natürlichsten Formen der Wärmegewinnung ist das Heizen mit Holz. Dabei gehört Scheitholz zu den bedeutendsten Energieträgern, der mit kurzen Transportwegen, Unabhängigkeit in der Versorgung, Wertschöpfung in der Region und vielen anderen Dingen punkten kann. Aus diesen Gründen hat sich das Unternehmen HDG Bavaria aus Bayern schon seit vielen Jahren auf die Produktion von Heizkesseln und die Wärmegewinnung mit Holz spezialisiert. Ich war auf der Suche nach einem Heizsystem, wo langfristig und qualitativ hochwertig ist. Und da habe ich mich für den HDG entschieden, weil da einfach alles zutrifft. Der ist sehr langlebig und ist auch ein verlässlicher Partner. Mit dem Scheitholzkessel F-2050 hat HDG ein Produkt entwickelt, das in der Handhabung und Bedienung ein Höchstmaß an Komfort bietet. Einer der größten Vorteile vom HDG F ist die extrem große Füllschachtöffnung und die weit öffnende Fülltür. In Verbindung mit der niedrigen Füllkante ist das Befüllen und Reinigen des Kessels sehr ökonomisch und äußerst komfortabel. Auch die Rauchgasklappe sorgt für mehr Komfort, macht jedoch eine Anheiztür überflüssig und sorgt für saubere und geruchsarme Verhältnisse im Heizraum. Eine sensorgesteuerte Verbrennung sorgt für niedrigste Emissionen und einen geringen Holzverbrauch. Gekantete Paneele im Brennraum sorgen beim HDG F für ein gleichmäßiges Nachrutschen des Brennstoffs und verhindern somit Hohlbrände zuverlässig. Das garantiert eine saubere Verbrennung ohne Qualm. Optional wird der Scheitholzkessel mit einer Anzündautomatik zur selbsttätigen Zündung ausgestattet. Darüber hinaus kann man den Scheitholzkessel auch jederzeit um eine Pelleteinheit zur Scheitholz-Pelletkombination erweitern. Das bietet dem Kunden dann noch mehr Flexibilität, was den Brennstoffeinsatz betrifft. Die praktische Aschenlade und die gut zugänglichen Reinigungsöffnungen sind Standard bei der Kesselbaureihe. Diese und viele weitere Highlights machen den HDG F 20-50 zu einem der komfortabelsten Scheitholzkessel auf dem Markt. Der HDG F wird von 20 bis 50 Kilowatt Leistung angeboten. In jeder Baugröße zeichnet sich der Kessel durch eine besonders kompakte Bauweise aus und findet somit in fast jedem Heizraum Platz. Zu den besonderen Merkmalen des F-Kessels gehört für mich einfach die einfache Einbringung, weil er mit dem Hubwagen aufgenommen werden kann und einfach reingeschoben werden kann. So kann ein Mann den auch alleine von der Palette runter bewegen. Die Verkleidung sind lediglich vier Teile, die man einhängen muss, was sich also auch die Installation einfach macht. Die Anschlüsse sind oben gut zugänglich, auch die Elektronik ist oben super zugänglich und auch später für die Reinigung oder den Service sind alle wichtigen Bauteile von oben einfach super zugänglich. Qualität stimmt, Funktionalität stimmt, einfache Bedienung. Für mich ist HDG einfach eine langfristige, super Lösung. Komfortabel, umweltschonend und regional heizen. Das gelingt mit HDG. Weitere Videos zu den zahlreichen Produkten von HDG findet ihr auf dem YouTube-Kanal von Landwirt.com.